Musik 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 Asshu'na, ich kann euch das auch besser sagen. Ich bin so wichtig, es ist alles besser. Ich bin so wichtig. Ich bin so wichtig. Ich bin so wichtig. Daarmani, RaoKi, das ist meine Frage. Ich bin so wichtig. Ich bin so wichtig da. Was ich zurück vor dem Video совершiert? ... ... Und dann kam zurück und wieder mit dem Angler den Schraub. Das war so. Und dann kam dann wieder mit Rocky und so etwas zu sehen. Ich habe mich nicht mehr als ein Rokki-Relees gemacht. Aber ich habe mich sehr speziell. Ich konnte nicht hier für die letzte Zeit mit euch, in der Release-Tam. Ich habe mich nicht mehr als ein Rokki-Relees gemacht. Aber ich habe mich sehr, sehr, sehr viel gemacht. Das ist alles. Ich möchte mich nicht mehr als Rokki-Relees gemacht. Ich möchte mich nicht mehr als Rokki-Relees gemacht. Aber in the end was a strong message. Everyone is strong as your strongest mind. Everyone is strong as your mind is strong as your mind is strong. Everyone 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 is strong as your mind is strong. That is very healthy. The producers are very healthy. Sir, thank you sir for being there always. And Praveen sir, thank you sir for being a part of the family. I have seen the short film here. I have seen the short film here. The girl is saying that you are not strong. I have seen it. I have seen it. I have seen it. I have seen it in the studio. I know it's a lot of things. I know it's a lot of things. Ich habe die Bibliothek aufgerufen und in der Zeitstechnik eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich das. Ich habe einen Roll in der Rolle gemacht. Wo ich bin, was ich? Ihr seid eine andere Rolle? Ich habe einen einen Hero im Moment. Oh, das ist es ein Schraub! Wie ist es? Das ist eine Schraub. Producer! Der ist ein sehr Produkt. Ich bin der S.V.C. Ich bin in der Telefonie. Der ist ein sehr Actor. Es gibt einen Film von Indie, in Deutschland. Sie haben einen Film von Deutschland gemacht. Nein, aber meine Mutter und Vater, die du der Hero bist okay. Sie sagt uns, dass sie okay sind. Sie sind sehr komfortabel. Super! Sie sind nur ein Film, dass ich sehr glücklich bin. So, wenn wir ein Film auf einmal sehen, dann sehen Sie sie einen Film. Ich habe die beiden, die ein paar Szenen zu sehen. Ihr habt euch alle zwei Szenen gesehen. Es gibt noch eine zweite Szenen. Als ich die Szenen zeigt, ist ihr in einem Wettbewerb. Ich bin der Filmemotograf. Als ich die Szenen erzähle, ich weiß, dass ihr euch das Video habt. Er hat einen Filmemangel gelegt. Er hat ein Filmemangel in der Gericht. Er ist eine Kamera auf dem Weg. Er hat eine Performance gemacht. Und, again, Morally, Sie sind ein Rockett Tril, ein Ordinary actor, aber auch ein sehr guter Pet. Er hat eine Performance gemacht. Er hat einen Film gemacht. Er hat sich auch ein Film gemacht. Und wer ist das? Udeeg und Simran und Melina. Sie sind die beiden Namen. Sie sind die beiden Namen. Sie sind die H-Stormer. Sie sind die Musik-Direktor. Sie sind die Real-Hero. Sie sind die Real-Hero. Sie sind die Real-Hero. Sie sind die Sound-Musik. Sie haben eine Love-Story. Sie sind die Action-Story. Sie sind die Musik in einer Action-Story. Sie sind die Psychological Horror-Film. Sie sind die Musik-Direktor sehr schwer. Ich habe einen Unter-Jug. Aber Sie sind die Musik-Direktor sehr schwer. Sie wissen, dass Sie die Musik-Direktor sehr gut sind. Sie sind die Musik-Direktor sehr gut. Sie haben eine Musik-Direktor, die Musik-Direktor sehr gut ist. Sie sind die Musik-Direktor. Sie sind die Musik-Direktor. kein Geld oder ein Geld. Ein Geld ist ein Geld und ein Geld. Er wird die Geld heißt oder ein Geld ist, dass er eine Geld Kwasse auswärts oder ein Geld ist, er wird auf die Geld nicht verletz. Zeit auswärts zu erinnern, aber nimmst am Geld vor dem Geld. Ein Sarser warst du auf Portolil. Es ist immer eine große Unterstützung, aber das ist huge. Das war wohl, Ashwin, der sich sehr auf die Sache verantwortet. Er sagte mir, wenn ich Sie auf die Seite und die Seite steigte ich Sie. Dann habe ich mit Aswin. Er schaut, die an der Auschwin zu sehen. Die Sound und die Performance super. Dann war er als ein Gott. Als ich die in Portolil, der 2D Ratschekas warst, Ich bin, mein Gott, schläg. Er sagt, ich werde dir zuerst berührte, dass ich hier im Auschwitz fand. Ich sitze, du bist so toll auf mich, ich bin. Herr, dieser ist ein PRO Marketing, hier. Mein Gott ist ein Promoess likt. Ich sage, sich das an, die I-Inndustry und die Medien zuren. Sie sind gerade für einen Rocky. Aber ich habe einen Moment, dass ich mich nicht mehr so machen kann. Ich bin ein Pillar und ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr froh, dass ich mich nicht mehr so machen kann. Ich bin ein paar Sachen, die ich nicht mehr so machen kann. Danke, Ashrins. Ich bin ein PADO. Hallo, Anayverikum Banakam. Ich bin der erste Press-Meet. Ich bin der erste Press-Meet. Ich bin der erste Press-Meet. Erstmal, danke dir so sehr zu Tarun für mich. Danke dir Naresh für mich zu Tarun. Ich habe eine Short-Film gemacht. Ich habe einen ersten Film mit Neresh für den ersten Mal gesehen. Wir haben einen Horror-Film gemacht, wenn ihr eine Horror-Film gemacht habt. Vielen Dank. 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 Thank you so much, Vijay. Thank you. Thank you. Harish. And then main man for the visuals, DOP, Edwin Sakai. And then the trailer was like mind blown. Immediately I called him, I narrated, and I asked him. And in the visuals, the frames, the visuals actually convey a different story. Because of that story travel. So at that time, I tried very experimental with a given amount of time. And there was a time in that time. And there was a restricted time in that time. So at that time, I was able to pull off a technically strong person. So he is excellent. He is excellent. He is excellent. I think he is the best. And thank you so much, Edwin. And the art in the film. Art upon Don Bala. He has done a great job. Phenomenal job. Thank you Bala. Thanks a lot. And in the film, the editor has done a great. He has done a great vision. There are five sequences. There is a novel. There is a horror. There is a novel. If you have any editing pattern, there is a mind line. So it is a good job. Thank you so much, Venkat. And other technicians. The biggest support. is that a team effort. It is a great experience. It is an experience. It is my vision. I want the audience to feel the cinema. In the theatre, they have to feel the cinema. They feel the horror. And all the team work. And for that, thank you. Thank you so much. And for the hard work. The cast. The cast. The hard work. My prayers and my wishes. That this movie is received well. And lastly. I want to thank Shakti sir. In the film. Actually. Fuller. Modik. 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 Screening. In the film. I think. That was a big encouragement for the entire team. Actually. Shakti sir. The next. He's been telling. The experience. The experience. The how you're doing. How it's correct. And in the film. Thank you. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for coming. I am a needy. My dream is in Tamil. I am doing another dream. Here I am in the movie. I see you soon. This is the first Tamil film. I hope you people will like it. I'll be happy. Es gibt eine gute Meinung. Sie haben uns auch gesagt, dass Sie uns so viel reden können. Sie haben uns auch gesagt, dass Sie noch nicht mehr reden können. Sie haben uns gesagt, dass Sie so viel reden können. Sie haben, dass Sie uns darüber reden können. Und heute? Es war so großartig. Es war so großartig. Aber ich habe mich darauf, dass ich ein Gespräch mit dem Publikum habe. Der Schlecht hat mich eine Erfahrung. Ich habe eine Erfahrung darüber. Ich habe einen Erfahrungsschern. Ich habe einen Erfahrungsschern. Ich habe eine Erfahrung mit einem neuen Generation. Ich habe ein Film gemacht, ein Film gemacht, ein Film gemacht, ein Film gemacht. Ich habe eine Artist-Performance gesehen, in einem Horror-Movie gesehen. Ich habe ein Film gemacht. Ich habe eine Auschwitzung gemacht. Ich habe sehr glücklich gemacht, dass ich in den Pressen habe. Das ist eine Erfahrung in der Indien-Film-Industrie, die Best Horror-Movie mit Sound-Effect. Das ist eine Technikally-Strong-Film. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist eine Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist ein Art-Tist, der Vasantra-Visar ist sehr gut. Ich glaube, diese Ahs-Tist, die Vasantra-Visar ist sehr gut. Das ist ein Gefühl, für die Vasantra-Visar ist sehr gut. Vielen Dank.